Vielleicht sollte ich euch doch da oben mal helfen. Wobei meine ganze Vermittler haben auch. Kralow. So. Problem gelöst. Und. Wobei. Und jetzt. Hai-yi-yi-yi. Hai-yi-yi. 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 Oh fuck. Ihr drückt den Schaden. Wow. Oh mein Netzwerfer. V2. Wunderschön. Uuuuuhhhhhh. Lalalalala. Burn in hell mother fuffa. Wo? Alter sind da viele. Burn. Alter wie viel habe ich schon wieder von dem Zeug. Dieses Mal kümmere ich mich nicht um euch. So. Weißt du warte ich hole mir mal Mr. Zucki Zuck. Und dann. Lasst dich euch einfach ins Universum. Zeit machen zum Angreifen. Ne. Scheiße. Ich hab trotzdem abgefeuert. Das wollte ich nicht. Wow. Ich bleib lieber erstmal hier in der Range. So. Wo sind die jetzt alle? Da. Von da kommen die alle. Na komm. Tanzt. Erstmal du. Haiaiaia. Alter der Groovytron mit dem Vermittler zusammen. Voll über. Äh mit dem äh mit dem Zucku Zuck Zuck. Haiaiaia. Du hast es geschafft Ratchet. Ich komm runter. Ja sofort. Ist doch bestimmt was. Wie hier ist nix. Hier ist nix. Betrügt. Manchmal belügt uns. Hier ist aber sonst nix. Aber da. So viel Schund und eine eingeschissene Mauer. Ich mein eingerissene. Okay. Ich komm da nicht rüber. Wie. Wie. So. Ich glaub ihr würdet mir nämlich da auch noch auf den Nerv gehen. Aber ich kann euch. Oh. Kannst natürlich auch einfach landen. Das geht auch. Tun sie das. Wo willst du hin Frau? Ach da. Das ist echt so ne Waffe nach dem Motto. Yeah. Don't get in. Und V5. For massive damage. Ein Scharfrichter. Zusätzliche Raketen. Natürlich. Weil eine noch nicht genug war. Wow. Ich liebe ja sowas. Shit. Alter. Wie viel Schaden macht das Ding mittlerweile. Bitte gern. Oh. Hey. Seid ihr bei? Oh. Hinter den Linien. Metal. Get Ratchet. Da 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 da. Ra da 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 da. Wep wep wep. Feuer kling. Wow. Alter. Ich liebe es wenn die Dinger so rot sind. Das ist so ein geiler Effekt ey. Sollen sie. Schmeck netz. Böse Wicht. Alter. Wenn die rot sind. Dann sind die so mächtig. Und jetzt so leer. Alter. Der Scharfrichter. So mächtig. Scharfrichter. Scharfrichter. Lass mich raten. Die Brücke. Die Brücke. Ja. Viel Spaß dabei. Ich brauche hier noch Ammo. Ich würde gern mal so ein Schiff in seine Bestandteile zerlegen. Haia. Wow. So ey. Das Ding ist so mächtig. Alter. Weißt du das ist so ne Waffe nach dem Motto du kannst sagen oh my god this is so OP. Since I is so OP. Dr. Mundo is so OP. Your mother is so lame. Oh what. Hey kommt noch was außer das hier. Oh my god. Guckt euch den Scheiß an den ich drauf gebe. Beziehungsweise den ich doch drauf gebe. Weil ihr mir ganz schön Schaden tut. Haha. Haha. Aber dann habt ihr nicht gerechnet. Wow. Fast runter. Oh. Ich drehe grad leicht durch. Aber das Spiel ist grad zu intens. Oh das Ding ist eigentlich voll toll. 3.000 für mehr Schaden. Das Ding ist voll gut der Netzwerfer. Ich mach jetzt. Problem ist es ist so ne Single Target Waffe. Weißt du. Die macht wirklich auch nur auf einem Gegner Schaden. Während das hier irgendwie schwachen Flächendamage macht. Da. Hab den. Und jetzt. Heieieieieieiei. Heieieieieiei. Alter. So mächtig. Und dann werde ich getroffen. Und dann bin ich auf einmal total nutzlos. Und das Ding ist. V5. Was. Wow. Hab ich das gemacht. Hexenclown. Damit werden deine Feinde jetzt noch schneller und effektiver zerschreddert. Die Dinger sehen jetzt auf einmal noch cooler aus. For me. I want that for Christmas. Dann werde ich ein Maschinengewehr. Hat dat. Jeder der das kennt. Der darf sich glücklich schätzen. So. Was haben wir denn noch nicht? Ach ja. Du. Wow. Fuck. Äh. Äh. Na. Okay. Warte. Sag mal. Man könnte. Das. Vielleicht bin ich auch nur so ein kleiner Sadist, der sowas gerne sieht, wie die gegrillt werden. Er braucht einen Scheiß, braucht ihr. Das ist für 1500. Was können wir denn für dich tun? Oh. Mehr Kapazität. Das wäre sogar gar nicht so unpraktisch. Vor allem nicht, Idiot. Ich hatte meinen Alphaspalter noch. Wir werfen mal sowas in die Menge. Verwandeln euch in Pinguine. Holen euch raus. Dann. Machen wir Schnitzel. Mann, die Pinguine sind so süß. Oh, fick dich doch. Alter. Alter. Ganz ehrlich, das Ding ist so geil. Vor allem, wenn es rot ist, du bist... Alter. Ratatatata. Und wenn du dein Ammo leer bist, realisierst du erst. Alter, jetzt hast du ein Problem. Und kaum noch. Hör auf. Wow. Get off me. Zieh ab. Abgelehnt. Wow. 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 Oh, fuck. Brenne. Nein. Schon wieder. Aber ich liebe es, zu sehen, wie die gegrillt werden. Wow. Schon wieder von vorne. Ich krieg die Dinger hinterhergeschmissen. Das hätte ich doch gar nicht. Nicht möchte ich. Und... Gut, vielleicht sollte ich auch jetzt aufhören mit den Schnitzeln. Das Ding ist zwar geil, aber... Ja. Wow. Mit dem Flammenwerfer ist das echt geil, durch diese kleinen Gegnermengen. Einfach sagen, ja, leckst du mich doch. Hier legt deine heiße Sohle aufs Parkett. Aua. Okay. Ich brauche das. 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 Geht weg, ihr kleinen Assis. Wow. 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 Ich sehe nichts. Jetzt habe ich ein Problem. Alfa. Nippel ab. Noch mehr von euch. Shit. Shit. Okay. Jetzt aber. Ich brauche das. Äh, nö. Ich muss erst mal heilen. Ich bin fast tot. Frau. Aber das merkst du nicht. Okay. So gucke ich ja eigentlich immer. Was können wir denn für dich tun? So, damit wäre das Ding auch mal voll. Ach, mehr habe ich gar nicht. Ah. Volle Amo, volle Health. So kann es weitergehen. Ah, das sieht mir nicht nach Holoplanen aus. Willkommen zu Hause, mein harriger Freund. Die letzten Lombaxe, die ich auf dem Ton gesehen habe, lieben mit angelegten Ohren nach vorne. Die Lombaxe haben mich aufgezogen. Wie konntest du ihnen das antun? Dieser Abschaum hat gewagt, dich zu bemengeleiden. Es dauerte Jahre, bis mein Herz groß genug war, um ihn saniert zu benichten. Was hast du ihnen angetan? jungen im flug stunden fährst du eine besoffene oma aus der waschmaschine hier ist nichts so ich kann die hoch gut glaube ich darunter darunter ist so viel möchte darunter ja keine sturm stiefel an diesen wänden da war ja was ob ich auf kogniten schießen kann natürlich wieso kriege ich hier überall rüstungs shops beziehungsweise sie heimlich voll nicht dass ich das ja weil kreise klingen bringt das überhaupt mal was stimmt den jägerwerfer da meinten viele auch der soll noch nachher noch nützlich sein aber ich weiß ja nicht gesagt gut weiter geht's im krieg habt einen sturm hier ist das ganze zeug meins 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 so problem ist es bringt bei den vielen immer gar nichts das größte problem an der sache ist dass sie sich porten können was soll man dann wenn du auf sie schießt mit voller power wo ist der holo plan halt die backen ja du deine kack mieten ihr könnt mich mal ach ja komm halt doch den rand das habe ich direkt gesehen äh was moment ah oh das ist kompliziert es muss an die drei punkte aber das muss alles anders gehen wow ne der fährt da hin das heißt hier muss der lang kann einer hier längs der nächste kann hier längs beziehungsweise wieder zurück das war eigentlich ein versehen aber vielleicht ein gutes versehen aus instinkt nehmen wir jetzt mal den hier fahren hier längs hier längs oh fuck das geht ja gar nicht ziehen wir das ganze mal ein bisschen in die länge Das ist doch schon einer. Was will ich denn? Nicht dumm. Fahre wir mal so. Ach fuck. Ach fuck. Ja. Hier längs. Dann hier. Hier. Kann ich den nämlich direkt wieder abfangen? Äh. Auf sowas stehe ich ja mal gar nicht. Hier hin. Dann. So. Problem ist, der teilt sich jetzt ja wieder nicht. Den kann ich da nicht lang fahren lassen. Also muss der. Oh. Warte. So. Fahr mal so. Dann kann ich nämlich hier hin. Ah. Nein. Jetzt fährt der nur dahin und ist aus. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Jetzt sollte ich mich auf den da unten mal konzentrieren. Ich versuche mich jetzt mal auf den da unten zu konzentrieren. Das garantiert der Kern hinter. Na. Halt still. So. Dann fangen wir hier lang. Ja. Ich glaube jetzt wo ich es habe. Ich glaube ich habe es jetzt. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und ich glaube ich habe mich in eine Satt gesagt. Nein. Nein. Fuck. Da, 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 da ist er auch tot. Also hätte ich ihn wieder zurückleiten. Wow. Alter. Das ist kompliziert. Wow. Wow, 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 wow. Ich sehe das gerade auf meinem Monitor. Ich sehe das gerade. Gigalag. Wow, 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 wow. Wow, komm runter, spiel. Komm runter. Was ist los? Zehn Frames. Wow, 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 wow. Dude, 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 dude. Was ist los? Minus. Wow, gehen die Minus Frames. Das ist röde. Was zur Hölle ist los? Moment, ich starte mal kurz die Aufnahme neu und so. Mal. Also, bei mir.